Ich bin fest überzeugt, die zu Hause werden da richtig aggressiver sein. Die werden da alles probieren. Die können natürlich flexibere taktische Dinge installieren. 4-3-3 oder 4-2-2-2 spielen. Wir versuchen das zu vorbereiten für alle Systeme, die da spielen können. Und versuchen wir das natürlich auch auf uns zu glauben und auf unsere starke Sache zu kümmern. Ja, wir fahren da so viel länger sicher zu Punkten holen. Ohne Frage. Ich bin froh, dass wir solche Leute haben. Wer kann das machen? Hoffenheim genauso, dass die ganz gefährlich sind in der Standardsituation. Aber wir sind auch nicht von gestern. Wir wollen auch da etwas tun und nicht nur erwarten, was der Gegner macht. Sondern auch ein bisschen mutiger sein. Und ohne Mut, ich glaube, kriegst du etwas nicht zu viel. Generell glauben wir immer an unsere Chance gegen jede Mannschaft. Natürlich ist Hoffenheim eine sehr gute Mannschaft, auch eine sehr aggressive Mannschaft. Wo wir sicherlich eine Top-Leistung auch bringen müssen, um da etwas mitzunehmen. Aber wie ich eben am Anfang sagte, wir haben immer eine Chance gegen jede Mannschaft. Vielen Dank!